Wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie für Pläne, Wünsche, Träume für die Zukunft? Ich möchte mein Abi jetzt machen, danach möchte ich modeln erstmal und dann möchte ich Sport studieren. Weil ich Sport sehr wichtig finde, ich interessiere mich dafür, Biologie mag ich sehr gerne und das sind so meine Pläne. Bleibt bei diesen gefestigten Plänen auch Platz für einen Freund? Ja, klar. Also Freund ist mir immer sehr wichtig und wenn ich jemanden passenden gefunden habe, dann ist mir das auch sehr wichtig und das passt immer rein. Was muss denn einer haben, der Sie erobert? Muss der sein wie Luke Skywalker oder wie Han Solo von Star Wars? Was muss der drauf haben? Er muss witzig sein. Ich muss mit jemandem lachen können. Es gibt wenige Menschen, mit denen man so viel lachen kann. Man muss ihm vertrauen können, sich total öffnen können und ja, einfach schönes Aussehen haben ist mir auch sehr wichtig und ja, das ist so mein Traummann. Wir halten für Sie Ausschau. Vielen herzlichen Dank. Sehr großen Dank an euch.